hallo hier ist der martin von money monkeys dass die dachsanalyse für nun donnerstag den 9.12.2021 gestern wollte ich mich kurz fassen ist dann doch ein bisschen länger geworden aber ich bleibe dabei das ist wichtig man muss immer mal drüber reden deswegen können wir es aber heute ein bisschen ruhiger fassen wir haben vieles von dem was heute passiert ist gestern schon ein bisschen vorweggenommen das heißt er liegt ganz gut im bild hat sich heute einfach nur in der nase rumgepuppelt nicht so viel gemacht aber das passt trotzdem ganz gut rein also wenn wir noch mal gehe weg also ich will das nicht das also falls jemand weiß wie das auszustellen geht bitte ich wäre über jedes feedback dankbar wie man diese komische news box die jetzt hier immer neuerdings hochkommt wie man das abgeklemmt gibt es gibt nichts was mich mehr nervt als das teil weil das immer ungewollt kommt und man hat kein x zum schließen ist das einfach weg aber gut das soll ist jetzt hier nicht gegenstand aber vielleicht ist ja von euch einer dabei der diese meldung auch nervend gesehen hat und mal weggeklickt hat keine ahnung wo das herkommt also es geht mir aber egal punkt also wir hatten gestern gesagt grundsätzlich ihr habt gesagt ich glaube nicht dass mir das gap oben zu machen habe gesagt er tut bestimmt ein bisschen erst mal gegen stänkern natürlich wenn er oben drüber trägt wenn er stärke zeigt dann sollte man das mit einplanen sollte man auch einplanen dass er weit rüber geht aber habe ich schon gesagt dass ich mir eher vorstellen könnte dass er vielleicht außerbörsig da oben rum kratzt vielleicht doch an dieser 8 65 die hat man betont das waren hier auf tagesebene beziehungsweise stundenebene die letzten tiefspitzen das sah recht markant aus und hatte dann gesagt dass ich mir schon vorstellen kann dass er zum mittwoch nach unten arbeitet und dass man eben aufpassen soll dass man dann nicht die ganze zeit long gegen buttert weil er als erste anlaufstation seine 15.700 hätte und gegebenenfalls später wenn der bereich um 15.700 nicht hält auch deutlich mehr nach unten noch zurückgeben kann ein bisschen im bereich um 55 und noch tiefer wenn wir das jetzt so gucken dann haben wir außerbörsig kurz nach der analyse glaube eine stunde später hat er die 8 65 oben noch abgeholt gehabt und das hat er gleich am vortag noch gemacht ich bin voll raus aus den tagen heute ist mittwoch das heißt gestern am dienstag hat er dienstag jetzt nach oben die den 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 stoß auf die 8 65 nachbürstig gesetzt und hat sich von dort jetzt runde gezogen wir sind an die 700 gekommen das heißt wir sind erst mal ganz klassisch erst mal in einem rücklauf musste bauen hier einfach ein bisschen übertreibungs charakter ab den wir vortag einfach aufgesammelt hatten das war übernatürliche bewegung nach oben die wir so nicht so oft stehen haben erwartungshaltung war eben dass unser dax einfach seitwärts pendelt zum mittwoch das habe ich gestern ganz oft gesagt wenn ich gerade nicht über trading und risikomanagement gesprochen habe aber zwischen 700 und 8 65 das war meine erwartete spanne die haben wir im nachthoch acht umgetroffen und unten mit der 700 auch ganz gut bedient das heißt er ist das mal im aktiven rücklauf jetzt kommt der donnerstag was können wir jetzt vom donnerstag vom dax erwarten also grundsätzlich neigen donnerstag auch dann zu gerne mal zu übertreiben sie neigen aber auch dazu sehr stark hin und her zu laufen für mich wird am donnerstag sehr sehr wichtig gar nicht die 700 jetzt das rutscht ein bisschen runter auf eine sehr ungewöhnlichen bereich der sich eher um 650 ansiedelt was dann wahrscheinlich auch hier das mittlere band werden wird das kommt jetzt noch ein bisschen hoch und das kann von unten auch wenn die 700 jetzt hier vielleicht gestern als das aufdrehen pünktchen benannt wird aber donnerstag hat immer so ein bisschen so seine eigenen regeln das kann noch mal gut nach oben zwirbeln also diese 650 das ist eine marke dieses von unten auch unheimlich wichtig gewesen es sind genau zwei gleich lang aufwärtswellen das heißt es sind bestimmt ganz 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 viele short trainer die einfach auf diese zwei wellen gesetzt haben und kein stop loss drin hatten oder zu hoch oder so weiter und in der regel werden ja solche leute die ohne stop loss handeln auch ganz ganz oft dafür belohnt sonst würden sie es ja nicht machen damit man sie irgendwann einmal richtig mästen kann wenn man sie verkehrt rum im markt reingestellt kriegt an eine blöde stelle wo dann vielleicht noch irgendwas privat passiert die gereizt sind sich mit der frau oder an kindern gestritten haben die mutter gestorben ist das immer so klassiker halt und dann setzt es irgendwann aus und dann bricht einem dieses ohne stopp komplett genick naja sieht man immer immer mal wieder aber fakt ist jetzt jetzt um nicht wieder in lange videos rein zu rutschen wir bleiben bei der technik und der kurzen analyse für den donnerstag damit es wirklich kurz und knapp bleibt die 650 ist eben ein punkt wo viele wahrscheinlich jetzt shorts drin stehen haben und dann auch drehen naja also das heißt wenn die da jetzt wieder reinkommt die sind abgeschreckt gewesen davon dass der doch so durchgelaufen ist dass der auch so stark quasi stabil war lösen dann gerne am einstatt auf das dürfte erstmal gegenreaktion erzeugen das heißt bei 600 müssen ein bisschen aufpassen am donnerstag ist unten wichtig oben die 800 na also einfach diese zone hier wo wir das hochgesetzt haben vom mittwoch so diese 8 20 8 30 vielleicht sogar ein bisschen tiefer gar nicht vielleicht vielleicht gar nicht zu es kann auch nur 800 das würde vollkommen reichen denn er müsste gar nicht da unbedingt jetzt neues hoch übersetzen werden nicht ganz so konstruktiv wenn er noch mal runter will dass das wir vielleicht sagen wir erwarten zum donnerstag erst mal die spannende zwischen 800 und 650 aber wenn der da einen fetten stunden schluss unter die 650 drunter stellt oder einen fetten stunden schluss über ich sag mal 8 20 dann geht es natürlich oben wie unten übertreibungspotenzial auf weil das donnerstag können übertreiben und die woche ist definitiv angeteasert also der mit der mutter der hat nie was war es dienstag der die so einen gucken lassen ich denke halt warte mal die haben jetzt mit doch es war dienstag also der dienstag der hat hier so einen gucken lassen da darf man da sollte man nicht davon ausgehen dass das auch alles schon gewesen ist da kann durchaus noch power kommen die kann sich oben und wie unten entladen ihr kennt das aus unseren videos oder aus meinen videos ganz speziell mir ist es wichtig dass ihr euch auf beiden seiten immer wappnet mir geht es nicht darum dass wir uns für eine seite 100 prozent festlegen und wenn unsere seite dann nicht trifft dann durch mal einfach die pfeile raus und sagt mir habt ihr pech gehabt das ist nicht ziel und zweck sondern dass man wirklich stück für stück stelle für stelle einfach versucht wichtige reaktionsmarken zu eruieren wie jetzt hier so eine 865 wie so eine 700 um zu gucken okay was macht der markt dort was kann ich von dort erwarten wie kann ich erwarten dass der markt sich bewegt damit ich mich eben stück für stück hier weiter hangeln kann so und wenn die 8 die 650 per std schluss unterboten wird dann geht hier echt die türe auf bis sogar zum grab close runter bei 410 aber passt ein bisschen im bereich um 550 500 auf sehr sehr wahrscheinlich kommt er das mal wieder hoch ja so kann auch 520 530 werden aber so zwischen 500 und also 550 und 500 würde schon sagen das ist ähnlich gelagert wie diese 700 hier ist es auch ein guter unterstützungsbereich die 700 war auch ein guter unterstützungsbereich man hat es auch gemerkt der markt hat einfach reagiert hat alles abgearbeitet hat dann einfach zeit auch gebraucht das kann im bereich um 550 bis 500 auch passieren also genau in der zone hier wo diese knieke einfach drin ist also muss nicht exakt die 500 abholen reicht auch so eine 530 5 520 aber die wäre drin wenn die 650 per std schluss unterboten wird ein std schluss reicht mir muss nicht zwei stunde sein das würde ich das würde ich ganz klar so nehmen und vor allen dingen auch wichtig in der in der nächsten also mal angenommen ihr kriegt jetzt 11 uhr einen schluss schluss bei 648 das ist ja nicht gemeint das sollte ein bisschen deutlicher auch sein sagen wir mal keine ahnung der macht 6 38 stunden schluss dann guckt euch wirklich auch noch die nächste minute an wenn ihr das seht dass die erste fünf minuten katze erstmal 60 punkte nach oben geht weil er dieses signal gesetzt hat und er konnte das dann aus dann muss man noch nicht rein aber wenn man das sieht okay wir haben jetzt den roten stunden schluss unter 650 dann sollte man davon ausgehen dass die nächsten stunden auch erstmal negativ werden und er sagt er kann dann zwei drei vier fünf stunden in die übertreibung gehen und das muss nicht nur 5 30 500 werden wie gesagt wir haben auch jedes den gap los noch und deswegen würde ich da wirklich aufpassen wenn wir unter 650 unten rausgehen rote stundenkerzen wenn ihr dann kleine korrekturen untergeordnet seht seitwärts dann kann man shorts suchen kann dann einfach diese stunden die dann noch kommen die übertreibungsstunden nach unten wegnehmen wenn er eben nicht gleich nach oben rakete macht dann braucht man sich nicht darauf einlassen das bringt dann auch nichts und das gleiche gilt natürlich auch andersrum wenn der dax sich jetzt nach oben aus konnte und ich sag mal so über 3 8 30 dann eine fette stunden schluss drüber setzt ja dann ist auch nach oben erst mal offen und zwar bis 9 30 9 50 und eben auch sogar bis 16.060 das auch noch ein offenes gibt mehr das heißt wenn ich hier fette grüne stundenkerzen zum donnerstag sehe die hier über 8 30 drüber gehen über 8 50 drüber gehen dann sollte man sich auf kleinen rückläufen die dann kommen und die dann wieder nach oben andrehen long suchen also das hat dann auch keinen sinn sich wieder auf der shortseite wieder zu verkämpfen und dann kommt wieder so ein fetter tag nach oben der dax hat übertreibungspotenzial wenn er bestimmte bereiche einfach überbietet das ist für mich einfach oben die 8 30 bis zum weitesten 8 50 aber 8 30 reichen würde mir persönlich vollkommen reichen und das ist unten die 6 50 ein bisschen tiefer unter der 700 die 700 wird ich nicht ganz so die wird die wird ich jetzt abhacken die war jetzt für den mittwoch wichtig die haben wir gesehen die hat gekämpft ist alles okay ist gut dann hat sie fein gemacht und jetzt wird es wichtig sehen wir den dax innerhalb des bereichs darf sie hin und her springen zwischen zwischen 800 und 6 50 kann einfach hin und her springen das vollkommen okay und wie gesagt wenn er raus geht ein bisschen übertreibung einplan und das wäre eigentlich das was ich zum stunden chart zumindest hier sagen kann im tag ist chart müssen wir sagen ist jetzt erstmal eine klassische inside card zu dax ist aber vom mittleren tag ist band strahlte wieder nach unten weg hätte theoretisch auch möglichkeit bis zum unteren tagesband nun zurückzukommen das geht man sieht es aber sehr selten im dax weil sehr 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 oft der einfach dann in so einem moment noch ein bisschen zur seite geht und das band eher dann hochkommt ja und er dann das viel leichter hat in dem moment wo das dann wieder nach oben aufgedreht ist das dann irgendwo in so einem bereich wieder anzulaufen und das sehen wir auch hier ist dann die 15.400 eben auch wieder präsent ne dann ist er wieder an der 200 tage linie das ist schon möglich nach der roten tages kerze dort wieder ein bisschen zurückzukommen na also bisschen aufpassen wie gesagt wir haben einen rücklauf eingeläutet hat er sauber gemacht die 865 ordentlich abgeholt das gap oben noch nicht gestoßen das passt das ist auch gut wir haben das gestern besprochen als eben die longs noch nicht raus lassen die eben da in den gap close rein wollen haben wir gestern so gesagt dass er deswegen eben schon motivation haben können zurück zu schreien genau das hat er getan da kann auch noch ein bisschen was hinterher kommen aber wie gesagt oben nicht unterschätzen also wenn wir sehen der dax der ist einfach der hat sich jetzt bei 700 aufgetreten und er bläst jetzt hier nach oben tröten wie ohne ende und macht nur kleine rückläufe nach unten dann long ja dann ist scheiß drauf dann scheiß drauf dass er irgendwo nach unten 14.800 oder 200 taglinien mal wieder sehen kann dann ist der kurzfristig erst mal long thema na und punkt punkt aus ende ja und wenn er hier oben steht das ist das wird dann hoch zu immer gefährlicher halt na also der ist dann zu schnell auch in bereichen wo er dann einfach nur noch eine tagesdistanz so zum allzeithoch hat dann kommt jetzt weihnachten weihnachts das sind so alles so punkte wo ich sage also wenn jetzt nach der aktion und einen schönen rücklauf der wieder anfängt aufzudrehen ja dann verkämpft euch dann nicht zu sehr auf shorts also nicht so lange da nicht fette rote katzen kommen wenn da nur grüne katzen kommt da hat dann schon nichts zu suchen halt wenn wenn das dann umkippt und der meinetwegen der ballert jetzt die grüne katzen nach oben 800 820 und dann hat dann hackt das schöne rote wieder zurück weil man einfach sieht okay nein der will da nicht drüber dann darf man dann kann man schorten das ist auch okay aber nicht dann hier jede grüne katze irgendwie ein short und stop loss keine ahnung wohin irgendwie 50 punkte drüber wird schon halten das funktioniert halt einfach nicht im trading also nicht auf dauer und dann krieg ich immer mal so auf die fresse dass ich nicht unter dem strich ist es einfach nicht rechnet und deswegen da einfach wirklich ein bisschen aufpassen dass man mit den kerzen handelt und wie gesagt plant ein bisschen spankung ein zwischen der 650 und da oben und damit möchte ich das eigentlich dann hier auch damit abschließen ich denke wir haben alles gesagt trotzdem auch wieder jetzt obwohl ich gar nicht wollte da ein bisschen in die psychische rein ja punkt punkt ende aus ja das ist das sind die mir wichtigen sachen die 800 oder 88 820 830 da bis 850 aber eigentlich schon ja 850 aber das ist zu spät dann das ist zu spät dann und unten wie gesagt die 650 jetzt ein bisschen mit ins auge nehmen die kommt unerwartet deswegen die haben werden viele auf dem radar haben könnte auch sein dass er einfach zum donnerstag da unten auf die 650 sticht und dann nach oben rennt wie ein gestörter das kann passieren wenn da wirklich ein bisschen gucken kriegen wir grüne stunden kerzen da unten dann darf man da auch sogar mit long gehen halt in die roten reihen wird es nicht unbedingt probieren gut thema aus fertig ende gelände und ich wünsche euch viel erfolg zum donnerstag holt euch eure punkte und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss bis dahin tschüss